Oh yeah liebe Leute, Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Sonic Adventure, wo wir back in Business sind und ja, ob's abgeht, hallo, ja, Hauptsache es wollte nicht drüber, danke schön. Gut, müssen wir nur zur Säule 4 rüber und dann geht's da ab. BAM! Gott, wir sind doch fast runtergefallen. Stimmt ja. Warte, wir konnten nicht so... Müssen wir dann die Aktionstasse wahrscheinlich drücken. Ah, so. So müssen wir uns festhalten. Das Level kann ein bisschen nervig sein. Wird auf jeden Fall auch am Boden bleiben. Was soll das für ne Scheiße? Ah, ich hasse also genau diese Stelle selbst. Da kann man echt blöd runterfallen. Lass mich. Ich schaffe es schon. Gut, wir haben noch ein Leben aufgesammelt. Also passt das schon. Erstmal drehen wir die Kamera. Ja, dass wir schlauer wenigstens dahin gehen zu Dingsen. Warte mal. Warum? Ich dachte schon, Alter. Es passieren mir hier Sachen, die mir sonst nie passiert sind. Dafür ist aber auch immer Zeit in einem Netz bringen. Müssen wir auch mal so sagen. So, danke. Jetzt hier wenigstens rein. Da drüben geht es weiter. Ich weiß nicht noch, weil das Level hat mich sonst immer hier und ein bisschen verliert. So. Achja, dieses Rumgeswitche. Ach, jetzt müssen wir noch an den Haken dran. Guck ich das an. Wer ist denn sonst auf die Idee gekommen, so coole Level-Designs zu machen? Wann? Selbst später gibt es nicht mal so krass coole Level-Designs. Gibt es irgendwie nur in diesem Teil. Na gut. Die Umsetzung von manchen ist auch so eine Sache. Man kann sich hier nicht vorbeicheaten. Och man. Ich dachte, das könnte man wenigstens. Nein. Nein. Och man. Andere Richtung. Sonic. Danke. Irgendwie hat er keine Augen. Ist das Darksmind Sonic? Das ist Darksmind Sonic. Oh mein Gott. Hör ich das an. Hat gar keine Bibillen. Stellen lässt er sich auch nicht wirklich. Das ist ein bisschen hier runter. Danke Steuerung. Wenigstens irgendwann. Ai ai ai. Die Steuerung ist manchmal echt öffnenzerreibend. Und dann müsste es hier ins Ziel reingehen. Ich verstehe nicht warum ich denn nicht gleich sofort reingekommen bin. Ich war doch schon beim Ziel oder? Ja. Das müsste man doch so hinbekommen. Aber irgendwie hat mich etwas davon abgehalten ans Ziel zu gehen. Schade. Hätte man viel schneller beenden können. Wenn das Spiel es gewollt hätte. Na ja. Gut. Kümmert uns nicht weiter. Wir sind ja immer noch auf dem Egg Carrier. Also no problem. Ist das es? Es könnte sein. Aber lasst uns die Brücke aussehen. Hm. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das Passwort? Ich hab gar keine Ahnung. Oh. Kann es Eggman sein? Ich verstehe das nicht. Da geht es ab. Zu einem Bereich der Chausgarten. Alles dass ich einfach. Ich hab da keinen Bock drauf. Was machen wir für das? Vielleicht irgendwann mal mit den Chausgarten. Das brauchen wir nicht unbedingt. Wenn ich mich hier auskenne. Warte. Wir müssen das doch hier oben. Genau. Sonic! Ha. Sie sind zu früh. Weck mich euch. Was? Was? Was ist Ihr Wissen, Master Robotnik? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist die Idee? Was ist das? Was ist das? Sie zeigen ihnen, was du hast. Ja. Und sie sind nicht zufrieden. Oder sonst? Sonst war es. Na gut. Also müssen wir loslegen. Einfach aus Vorsichtskunden. Ich bin jetzt erstmal so dran. Weil sie es nicht unbedingt brauchen, weil es wieder so ein schwäger Bossfight ist wie gegen Knuckles. Da hätte man echt ein bisschen mehr machen sollen. Was, ich kann den noch einen reinhauen zusätzlich. Alter. Jetzt hat er sogar vier statt drei Hits bekommen. Alter Schwede. Steh weg, Amy. Aus meiner Weg. Nein. Dieses Robot ist mein Freund. Er hat mir geholfen. Er hat mir geholfen. Nicht ihn schau. Okay. Was auch immer du sagst. Du musst deine Reise haben. Oh. Was geht denn jetzt ab? Hey, dieses Schiff ist in der Altitude. Oh no. Hurry, Tails. Take Amy and get out of here. Well, what about you? I'll find that Eggman and put him out of commission. Oh. Sonic mit wahren Worten. Also ab geht's. Aha. Gamma ist nun auch spielbar. Ah, da haben wir's. If I'm to continue, I need to change this ship back to its original shape. Mhm. There must be a switch somewhere on the bridge. I've got to find it now. So, dann bin ich wieder zurück, back in business. Ich musste gerade noch ein paar Sachen erledigen. Und deswegen hat's ein bisschen Zeit genommen. Ich hab deswegen, tut mir leid, gar keine Ahnung, ähm, wie lange der Part noch gehen soll. Das heißt, es wird so ein Rennen-Zufallsprodukt. Ah, und dann stellen wir den Modus. Genau. So war das. Weißt du was? Ich weiß noch, dass ich manchmal das nicht so schnell wusste, obwohl es direkt nebendran war und deswegen auch manches verkackt hab. Schäme mich. Und da ist Dr. Eggman. Oh, nein! Not wieder? Chaos! Could this be the same beast? Yep. Haha, haha, oh yes. Attack Sonic, now! Froggy? I must say Froggy! If he's your friend, I'll help you. Just leave it to me. Haha, haha, haha. Now I have six of the Chaos emeralds. Er hat nur noch einen Platz zu finden. Ich habe sogar Chaos' geblieben gefunden. Du wirst das nicht weggehen, du verdammt. Ich werde. Du bist kein Match für Chaos, obwohl er noch nicht perfekt ist. Wer kam Chaos? Zerstör sie alle, sofort. Oh oh, jetzt geht's ab gegen Chaos 6. Wann das nochmal? Okay, das war es auf jeden Fall nicht. Wieso auch nicht? Ah! Wie? Was? Mh mhm. Genau. Ich genauso. Nicht. Fehle ich halt selber ein. Meine Güte. Ich kann es nicht glauben. Warum macht Eggman auch noch? Irgendwelche zusätzlichen Roboter-Handy, genau. Na gut. es ist ja mit unter einem der einfachsten bosse wenn man das weiß das war fast schon schwer alter eggman also chaos 6 hat es echt drauf gehabt was du hey there knuckles glad you finally made it i thought you got lost or something until we meet again sonic stop come back here tschüss verrückter sonic spring runter warum nicht sonst stirbt er immer jetzt darf er genau genau ich liebe eggman wo ist das ist ja was hallöchen was auch immer das ist ich will dass wir da reingehen oder wie ich glaube es versucht mir etwas zu zeigen so war eigentlich die übersetzung aber gut warum denn nicht warum kann man auch so übersetzen also sonic du weißt was ist das blick auch spielbar bei wegen karte gesehen habe in der zwischenst du kannst ich weiß wir hätten ihn auch früher falsch halten können aber ist ja auch egal lost world nein nicht das spiel sondern das level lost wird ich glaube wir sagen mal wir machen das level ich hier noch durch das was dazu gehört also das eigentlich auch ausreichend part wenn er halt länger geht oder kürzer dann tut es mir leid sei glücklich oder bedrückt keine ahnung ich kann nicht alles in meinem kopf aufbewahren leider ich bin nicht perfekt au 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 so ich wollte ja schon sagen ich wollte ja nur nochmal hochspielen aber da habe ich mich nicht selber gelassen ich bin nicht perfekt so ich muss auch sagen sonic story ist ja eigentlich sowieso die längste von allen glaube ich in diesem game ist auch klar sonic ist ja sowieso hier am wichtigsten in dem Sinne nicht umsonst heißt es sonic adventure ist es das erste ja ist es das erste ich dachte schon so ey könnte es sein dass es noch nicht das erste ist tja komm schlange schlange komm her da ist sie guck mal an wasser anaconda stein anaconda das ja da drüben hier rüber so ich werde auch so einfach rüber ach ja auch jetzt einfach weil ich es mir einfach mal einmal zugetraut habe in meinem Leben und dann so hinterher damit wir auf jeden fall schon mal da sind alleluja nein ich noch weiter nach hinten ach du scheiße habt ihr das gesehen wie knapp das immer gegen Ende wurde das finde ich jetzt eigentlich eine der coolsten Szenen auch wenn der Hintergrund total scheiße ist aber das hier sieht so geil aus wenn man sich das mit richtiger Grafik vorstellen würde alter ja richtig geil muss ich mal so sagen hier müssen wir natürlich die Spiegel ausdenken damit wir wenigstens etwas sehen ach dass wir immer diese stellen aber sie sind halt nicht auswendig wie es geht deswegen muss ich die Spiegel ja ausdenken sonst müsste man das glaube ich gar nicht hoffe ich mal müsste ja eigentlich sonst so sein dass es egal ist das muss man halt mal richtig ausrichten dass er auch kein Problemchen ist wie man sieht aber ich weiß dass es für mich damals ein Problemchen war warum auch immer warum auch immer ich kann nicht mehr wissen das erinnert sehr arg an die Endszene in Sonic Adventure 2 was er auch vielleicht sogar nach diesem Teil einfach damit wir halt im Sonic Style bleiben ist glaube ich auch richtig ich habe es auch einmal ja live streamed Sonic Adventure 2 auch ganz durch hier müsste die Story her deswegen ist es gar nicht um nein ich hätte nicht so viel Speed geben sollen weil der Stein hat immer mit dem Speed mit den man selber hat deswegen übertreibe ich es jetzt gerade gar nicht weil das hat das passt jetzt immer wieder wenn man da zu schnell unterwegs ist dann bekommt das all den Speed mit und dann wird das zu extrem wenn es zu extrem wird dann naja jetzt können wir immer nur die Steinplatten mit lang gehen wenn das hier immer so auch angezeigt wird dass ich mich da treffen lass alter dass ich mich hier nochmal auch treffen lass das ist das was ich meine an alten Games ist ich meine echt schön nicht so müsste es schon gewesen sein ja so danke das habe ich manchmal echt viel länger gebraucht Alter ja ich hasse es wenn da automatisch schon irgendwo an trotzdem nicht sollte na gut man kann es jetzt immer noch hier verkacken wenn man hier komisch rumläuft nicht so wie man sollte so ist es ja nicht aber anscheinend habe ich selbst das geschafft das ist noch hier rein dann sind wir gleich durch ne ja runter oi 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 dann geht es darüber mit ok genau oh und das stimmt ja diese Looping von außen her und hier sind wir durchgekommen was wird uns hier im Inneren erwarten ja nicht schlecht hm wow was ist das ein mural oh hm ja wo sind wir hier wo bin ich? das ist wirklich wehr mit dieser null Ahnung sage ich doch mal vielen Dank dass ihr in diesem Part dabei wart bei der Let's Play Sonic Adventure und wir sehen uns im nächsten Part wieder vielen Dank und ciao